So, da geht es wieder weiter. Und zwar hatten wir hier noch drei Sachen zu erkunden, da oben ist. Aber da kommen wir nicht hoch. Da kriegen wir bestimmt noch einen Doppelsprung. Und dann waren hier unten noch zwei, drei sogar. Guck mal da lang. Was da so geht. Achso, das war diese fleischfressende Tür. Da haben wir noch nichts. Da haben wir eine Tintentür. Achso, und hier geht es runter wohl. Hm, da brauchen wir aber was anderes. Okay. Und gehen wir mal hier rüber. Ah. Oh, voll der Ladescreen. Der Ladescreen wurde gespart. Guck mal, dass wir hier oben, ob es da was geht. Nein, die geht nicht auf. So, wenn wir von der anderen Seite kommen. Hier sieht es so aus, als ob da, ob man da hoch kann. Kann natürlich auch sein, dass es von hier vorne, dann dieser ganze Bereich ist. Guck mal hier unten noch mal. Wo ist auch nicht klar, ob das wieder weiterkommt. Das ist bestimmt noch eine Tintin oder so. Na gut, guck mal. Nehmen wir jetzt auch, wer so ein grün ist. Keine Ahnung, was man da machen muss. Wir gucken mal, so eine Bombe oder so, um das zu sprengen. Und hier oben könnte noch was sein. Auf jeden Fall schon mal cool, dass man sich auch so orten kann mit einem Level ohne das Ohn. Da oben. Ah, da komme ich nicht hoch. Ein gekeptes Symbol. Genau das war dieses. Da brauchen wir erst den Schlüssel wahrscheinlich dafür. Hm. Da komme ich auch nicht hoch. Da kommt man wahrscheinlich dann wieder runter. Ah, schade, da kann man sich nicht importen. Ah, und hier ist der Boss. Also wir müssen wohl den Boss beziehen. Ich würde mal sagen, wir müssen bestimmt beim Boss erstmal die ganze Zeit ausweichen. Und dann müssen wir diese Dinger zurückschleudern. Mit dem mit dem Schild. Ne, da kann ich sie nur blocken. Ne, macht ihm kein Schaden. Oder vielleicht schießen. Ach, da muss doch schon schnell sein, ey. Ne, das macht ihm kein Schaden. Ne, das macht ihm kein Schaden. Shit. Shit. Oder ganz da unten. Vielleicht mit starker Art. Hat er doch. Ne. Ne. Oder drüber einfach. Let's go, einfach drüber. Ach, shit. Nochmal, vielleicht kann man auch einfach über den Türbel springen. Auf die andere Seite. Ich muss man den gar nicht besiegen. Ich muss den gar nicht besiegen. Ne. Da war doch noch einer. Da war doch einer direkt beim Boss gerade. Achso, das ist der hier. Na dann. Das hat ihm ja offensichtlich gar keinen Schaden gemacht. Das hat ihm ja offensichtlich gar keinen Schaden gemacht. Das hat ihm ja offensichtlich gar keinen Schaden gemacht. Was ist hier? Was ist das? Ja. 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 Das ist bestimmt da. Aufhören. Das klingt jetzt. Aufhören. 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 Ah, shit. Ja, aber ich kann ja noch mal das ありがとう. Finde einen Weg, um die Tür zum Tunnel zu lösen, finde alle marktlosen Notizen, finde einen Weg, die geheimnisvolle Dame zu befreuen. Da unten ging es auch nicht weiter. Keinerlei Ahnung. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal getroffen, aber ich weiß nicht, ob er es auch noch schaden gemacht hat. Ich muss auch nicht so schnell sein. Da kommt man nicht von weg, das ist ja schon. Ich muss echt immer hier bleiben, um auf mich zu nahe ran. Das war's mit 3. Ja. Das ist auch ein paar Mal auf die Koffer. Nee, das geht nicht. Ja, weil dieser Balken empfüllt sich auch gar nicht auf, dass er schließen kann, das wir jetzt mal zu werden. Oh, jetzt wird auch was anderes gemacht. Oh, das hat er vorher noch nicht gemacht. Da muss ich unter ihn laufen. Oh, ja, alle drei Gruppen. Aber es scheint was gebracht zu haben. Ist auf jeden Fall ein bisschen weiter gekommen. Jetzt hat er seinen zweiten Namen ausgepackt. Uran. Jetzt ist die Stromsteuerung. Ich muss ein bisschen schlauern. Also nochmal. Oh, ich muss erst einen Schluck Kaffee nehmen. Kann man mal probieren. Schießen kann rum. Oh, ja. Das ist gut. Also der weiß ja so. Kannst du schießen? Oh, ja. Das ist gut. Oh, ja. 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 Oh. Oh, ja. Jetzt kommen wir hier runter. Sehr gut. Ah damn. Der wirft. Übertreibt doch. Oh shit. Shit, shit, shit. Ah, der hat gut Damage gemacht. Ja, und sogar die Pistole auch ein bisschen einsetzen. Sobald die Formel ist. Das macht gut Schaden. Dann kann ich nicht bei dem Eintrügen bleiben. Und dann... ...und dann... ...und dann wandern. So. Dann nochmal zum Bossi. Ja, der geht auf jeden Fall. Dann kann man nämlich von der... ...kann nämlich bei dem zweiten Tentakel kann man bleiben. Und dann drüber rüber auf den anderen schießen. Um dann auch Damage weiter zu machen. Oh, HP ist halt echt bisschen dürftig ey. Öp. Direkt rein. Nee, da vorne gehe ich nicht hin. Ja, das reicht. Nee, da vorne gehe ich nicht hin. Ja, das reicht. Oh, das macht keinen Schaden. Oh, das macht keinen Schaden. 清? Das macht einen Schaden. Roll dem es auf. Ich bin ein Kupfer. Ich bin ein Kupfer. Juuu Ich habe eine Warte Juuu Juuu Nice Psst Die Bibliothekar Gekillt Aber wir haben immer noch nichts gekriegt Deswegen bringen wir uns das immer noch nichts zur Base zurück zu gehen Beziehungsweise zurück ins Haus Arbeitszimmer des Vaters Erinnerung durch Leben Was sind wir? Was sind wir? Was sind wir? Die Böse ist noch nicht aus dem Emotionen Entschuldigung 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 für dich, Benedikt Benedikt So eine große Summele Wir kommen in der Zoo So Machen wir mal schnell ein Handyfoto Die können wir nicht merken Das war für die Schublade So I have Das war für die Schublade Nächste Moment Es kommt wieder Uh um Mels Ok Das ist Radio, ne? Warte mal, vorherreden. Ich glaube, da war noch was gewesen. Also konnten wir auch nicht mehr zunächst mal. Sprengen. Jetzt haben wir die nächste. Kommen wir noch weiter. Warte mal, ne? Nein. Also brauchen wir nur die Kombination. Dann kann ich hier nicht mehr. Vielleicht erst später. Oh, guck mal. Hier geht nix mehr. Da geht nix mehr. Ja, aber es ist immer noch hier in der Traumwelt. Jetzt sind die grünen Dinger. Da geht nix mehr. Ne. Keine Ahnung. Jetzt muss man da was noch ändern. Gut. Aber jetzt haben wir die Kombination für die Schublade. Jetzt können wir dann entliefen, wo der Kripte was anfangen. Hier. Zur Eingangsseite. Hier der Kripte hat mein Streich. Hier geht nix mehr und heute. Hier geht es nicht besser. Hier geht doch mal. Hier geht doch. Hier geht doch. Oh! Hier geht doch. Hier geht doch. Oh, das Bombe bei den Gemüse, glaube ich. Hier kann man jetzt Grades kaufen, Wunderwasser verbessern, Anteil erhöhen auf jeden Fall, ja. Und Qualität verbessern, auch. Das ist gut. Das kann man dann verbessern. Apparatur mit eingefestem Stein. Raufbombe. Das war's, mehr hat er noch. Okay, aber wir haben erstmal das Wasser verbessert. Das ist auch viel herauskann. Okay, das letzte Mal. So, und, und jetzt kann man hier nicht mehr aufbauen. Jetzt machen wir das so. Das so. Und das so. Öffnen. Oh, das ist der letzte Schlüssel. Hier war doch irgendwo war das so ein Bild. Warte mal, das war vielleicht ein Eventar. So, mal gucken. Eine Tasche. Dann hatten wir doch so ein Bild. Hier, genau das da. Hier. L ist 100. Linkes T ist 10. Und rechtes T ist 1. Oder 1 und 7, ne. Und zwar. Gehen wir mal in den Keller. Na, jetzt in den Keller. So. Dann gehen wir ganz durch bis zum Schluss. L17. Hier, Schlüsselbrett. Hier. L. Ich stelle hier auf. Schlüssel auffängen. Ah ja, genau. Das ist richtig. Dann eins. Nein, linkes Tee und rechtes Tee, das war schon richtig. Genau. Dann, sag ich schon, lieber. Dann eins. Did he really? You're right. The card in the wallet. They didn't lock him up, though. He must have had something they wanted.